Wir sollten also jetzt kein Problem sein. Komm, Iwona, wir drücken dir die Daumen. Iwona Tadic ist im Rennen. So, die Gruppe B hat auch begonnen mit dem Kreisprung. 6,13 Minuten für Tariusz Javski. Wir kommen in dieser Gruppe, die 7,11 Meter. Sehr froh, ich gebe Ihnen noch eine Gruppe. Frau Adam, sie passt in Hell. Selekt man hier. So, ich bin frei verletzt. Einste ist rein. Kannst du für euch aus der Anlage A. Und aus der Anlage B. Kannst du auch nicht lieber. Musik Bei Jonas Bickeli für Unterstützung. Komm, Flitz. Applaus 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 Sie hat eine Bestleistung von Sagen, schreit 1,97 Meter, 7,45 Meter, 3,80 Meter, 7,70 Meter, 3,80 Meter, 7,70 Meter, 3,80 Meter. Sie hat eine Bestleistung von Sagen, schreit 1,97 Meter, 7,40 Meter. Das ist ein glücklicher Versuch für den Spanier von Arturoena. Sie sieht, dass sie etwas verbessert hat. Das ist schön, von hier oben abzuschätzen. Der Sitzkopf hier muss nur 11 cm auf seiner persönlichen Festleistung liegen. Sie sieht, dass wir an der Rettstelle in ... Rote Flagge, auch für mir, als Christoph. mit dem ersten Versuch über die X83, wir haben jetzt auch Katarina Johnson-Dobsen. Und wir warten reitsprungen auf den Griffversuch von Felipe Dos Santos, 7,46 Meter, seine beste Weintraste-Zweiten-Urfahrt. Ja! Jetzt sind wir mit der Strecke, die wir hier in der Strecke sind. Der Nächste ist der Kollege, Jeremy Nairo, dieser 7,30 Meter glücklich. Nächste sind wir uns für den Welsang-Singalen. Der Nächste ist der Kollege, Jeremy Nairo. Der Nächste ist der Kollege, Jeremy Nairo, dieser 7,30 Meter glücklich. Genau. Genau. Es hat schon so ausgeregt alles gut geladen und dann hat sie sich leider angekündigt. Ein Jesus bleibt unter dem Wohr. Das geht. Dr. Der Nächste hat sich mit dem zweiten Versuch. Für die Redezeit hat sich mit 32. Jetzt wird der dritte Versuch. 37,842 Punkte für die Ehe enthauen. Und die Person, die wir hier in der Strecke sind, gerade bei seiner Spezialdisziplin, bei seiner Beratung, der Strecke, das die Beratung ist geblieben. Wir freuen uns auf. Wir freuen uns auf. Jetzt heute ist der Nächste. Auch die Kreisgruppe der Friedrich Samuelsson-Aumöhe über ihre Unterstützung. ... ... Die Wahl, die in die Kirche macht, ist die Peter und die Lehrer der Strukturen in der Toni Soma. In der Tat der Tat der Tat der Tat der Tat, von der Marzina war auch mit der Kirche von der Tat der Tat der Tat der Tat. Und die Kirche von der Tat der Tat der Tat der Tat der Tat.